Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um Airbus, die Lufthansa, Shop-Apotheke, Zur Rose, Pelleten, aber auch Plug Power, Amazon, Nvidia und so weiter und so fort, ohne großem rumzureden, würde ich sagen, fangen wir jetzt hier direkt einmal an mit der kurzen Aktienschau. Airbus möchte nämlich um einiges mehr Mitarbeiter einstellen. Alleine bis Mitte 2023 möchte man nur in Hamburg zwischen 800 und 1000 neue Mitarbeiter anstellen. Aber natürlich auch an anderen Standorten sollen weitere Mitarbeiter folgen. Es könnte durchaus sein, dass da bis Mitte 2023 rund 1200 neue Mitarbeiter dabei sind. Nach der Corona-Pandemie oder nachdem das Ganze so ein bisschen abgeflaut ist, hat man schon wieder sehr, sehr stark eingestellt. Alleine in letztem und diesem Jahr hat man 700 neue feste Mitarbeiter und 1400 Leiharbeitskräfte wieder eingestellt. Das heißt also, es sind doch durchaus viele neue Menschen am Werk. Das Problem, was man einfach hat, ist, dass man einen neuen Rekordwert machen möchte, herstellen möchte. 75 Maschinen der A320-Familie im Jahr 2025. Das möchte man erreichen. Dafür braucht man aber halt einfach auch Personal. Deswegen also die neuen Personalien. Kommen wir mal zur Shop-Apotheke und zur Rose. Die sind mich weiter extrem gefallen, teils wirklich auf einem sehr, sehr tiefsten Stand, tiefster Stand seit 2020. Es geht einfach nur noch in eine Richtung. Wieder ein neues Problem. Wieder geht es um E-Rezepte. Und zwar gab es Kritik zum Datenschutz aus Schleswig-Holstein. Es gibt massive Schwachstellen beim E-Rezept. Unter anderem können wohl QR-Codes genutzt werden, um Gesundheitsdaten von fremden Personen auszulesen. Das würde natürlich gar nicht gehen. Und genau das stellt gerade jetzt dieses E-Rezept vor, das nächste oder vor ein weiteres Problem. Und genau da hakt es halt auch gerade. Das E-Rezept ist extrem wichtig für die Shop-Apotheke, für zur Rose, generell natürlich für Online-Apotheken. Und genau das ist halt eben einfach das Problem. Denn man muss sagen, solange das E-Rezept nicht kommt, werden auch wahrscheinlich die Umsätze nicht auf diese Tour kommen, die man sich vorstellt. Da gab es ja eh schon immer wieder kritische Berichte. Deswegen sind die Aktien auch soweit abgefallen, weil das Ganze halt länger dauert. Und jetzt könnte sich das Ganze noch weiter nach hinten ziehen. Am Donnerstagvormittag hat die Lufthansa ein neues Angebot vorgesetzt. Vorgelegt, eher gesagt, für die Cockpit-Crew. Und es ist so, dass die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit leider wieder gesagt hat, Nein, das funktioniert nicht. Das heißt also, man wird jetzt Streikmaßnahmen vorbereiten, beziehungsweise starten. VC, also die Pilotengewerkschaft Vereinigtes Cockpit, ist weiterhin erreichbar für Gespräche. Aber wenn das jetzt nicht ganz, ganz schnell irgendwas da, ja im Prinzip was passiert oder was bei rauskommt, dann wird es wohl zu Streiks kommen. Und das kommt der Lufthansa natürlich eigentlich gar nicht entgegen, nachdem sie jetzt ja schon doch durchaus ziemlich viele Probleme hatten. Streik vom Bodenpersonal, eh zu wenig Personal und so weiter und so fort. Als nächstes kommt dann Paladin. Also kleiner Sprung mal nach Amerika, kommen wir mal so ein bisschen zu Quartalszahlen. Fangen dann halt an mit Paladin. Und zwar haben sie die Quartalszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Nicht anders gesagt, also das abgelaufene Quartal, was jetzt Kalenderquartal angeht, zweites Quartal. Unterm Strich hat man einen Fehlbetrag von gut 1,24 Milliarden US-Dollar, also auch ungefähr 1,24 Milliarden Euro gemacht. Nach ungefähr 313 Millionen US-Dollar davor. Das heißt also doch deutlich schlechter, deutlich mehr Verlust als noch vorher. Auch der Umsatz ist um über 28 Prozent abgesagt auf 679 Millionen US-Dollar. Insgesamt erlitt Paladin damit im Geschäftsjahr 2022, also im Prinzip drittes, viertes Quartal 2021 und dann halt das erste, zweite Quartal 2022. Ein Verlust von 8 US-Dollar 74 je Aktie. Hier hatten Analysten eigentlich nur damit gerechnet, dass man Verlust von 5,706 US-Dollar erreicht. Heißt also doch deutlich mehr Verlust halt einfach, als man erwartet hat. Und auch der Umsatz lag ja eher bei einem negativen Ergebnis, was das angeht. 3,58 Milliarden US-Dollar hat man erreicht. 3,59 Milliarden US-Dollar wurden erwartet. 4,02 Milliarden US-Dollar übrigens im Geschäftsjahr 2021. Also auch hier sieht es nicht gerade gut aus. Nächste Zahlen kommen dann von Nvidia. Die haben nämlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 bei Nvidia im Übrigen schon ein Gewinn in Höhe von 51 US-Dollar Cent je Aktie gemacht. Das ist doch ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dort hatte man noch 1,04 US-Dollar gemacht. Allerdings muss man sagen, die Analystenschätzung war niedriger. Wie gesagt, 0,51 US-Dollar hat man gemacht. Die Aktie erwartet wurden 0,499 US-Dollar die Aktie. Kommen wir zum Umsatz. Der betrug nämlich 6,704 Milliarden US-Dollar. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Denn davor lag man bei 6,51 Milliarden US-Dollar. Und Analysten hatten ebenfalls mit weniger gewartet mit 6,7 Milliarden US-Dollar. Also auch hier gar nicht so schlecht. Nvidia selber hat sich natürlich auch nochmal zu der Zukunft geäußert. Man geht einfach schlichtweg davon aus, dass man keine baldige Erholung hat. 5,9 Milliarden US-Dollar werden erwartet im laufenden Quartal. Also in dem dritten Quartal 2022 Kalender. Beziehungsweise natürlich drittes Geschäftsquartal 2023 von Nvidia. Also auch hier sieht das nicht so stark aus, was die Erholung im Prinzip angeht. Das ist nämlich auch deutlich weniger als Analysten erwartet. Dann eine Nachricht von Plug Power und auch Amazon. Denn Plug Power ist doch deutlich angestiegen an der Börse. Das liegt ganz einfach daran, dass sie eine Kooperation mit Amazon offengelegt haben. Es ist so, dass man ab 2025 Grünwasserstoff an Amazon bereitstellt oder an Amazon liefert. Denn das soll Amazon dabei helfen, im Prinzip CO2-freier zu werden. Sie möchten ja sehr, sehr CO2 oder sehr schnell CO2-frei werden. Für Plug Power ist das ein weiterer Meilenstein fürs Ziel. 3 Milliarden US-Dollar Umsatz bis 2025 zu erreichen. Also auch hier kommen wir doch mit deutlich positiven Nachrichten dann einher, um das mal so zu sagen. Und damit kommen wir jetzt auch zu guter Letzt zu Salesforce. Denn die sind etwas unter Druck gekommen. Im laufenden Geschäftsjahr sollen man maximal 31 Milliarden US-Dollar erreichen. Vor drei Monaten hatte man noch von 31,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Und auch Experten hatten mit einer höheren Prognose gerechnet. Das heißt also nach den Quartalzahlen wurde auch direkt die Prognose nach unten geschraubt. Das sieht natürlich nicht wirklich gut aus. Im zweiten Quartal konnte der Umsatz immerhin aber um 22 Prozent auf 7,7 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn brach aber trotzdem ein. Und zwar von 535 auf 68 Millionen US-Dollar. Das lag aber unter anderem an hohen Kosten und einfach einer schwachen Entwicklung von strategischen Investments. Aber auch in der zweiten Jahreshälfte, also im Quartal 3 und 4, rechnet man bei Salesforce mit einer relativ starken Belastung. Gerade der starke Dollar könnte dort weiter belasten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken, Podcast-Followen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.